Hi Leute, willkommen zurück zum weiteren Gameplay von Far Cry Primal. Ich bin hier auf dem Weg und möchte gerne die Quest mit dem großen Nagrenbären abschließen. Das heißt, das gehört zu dieser Reihe mit den Blutpfangzähnen, beziehungsweise das, wo ich den Säbelzahntiger schon erledigt habe, und das Mammut. Da ist jetzt quasi die nächste Großjagd dran. Und hier gibt es wohl einen ganz speziellen großen Bären. Werden wir gleich sehen. Hoffe ich. Wie immer, ab durch die Höhle. Erstmal die Stelle suchen und dann, kennt ihr ja wahrscheinlich schon von dem vorgehenden Quest, da dann die Spurensuche des Raubtieres oder des Tieres, was zu jagen ist. So, was geht hier aber? Böde Malerei. Na dann, wenn das Verhältnis stimmt zu den Manikens, die da auf dem Boden lagen, und die Bären, dann muss der Bär riesig sein. So. Gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Lagerfeuer. Ah, mal Munition noch herstellen, genau. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Ja, ein paar Fallen herstellen, genau. So, dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche nach dem tollen Bären. Dann bin ich ja mal gespannt, wie ein Flitzebogen das mit ihm abgeht. Na, Kerle, schleicht dich nicht von hinten an. Ja, das ist doof. Das geht nicht, wenn man auf dem Viech sitzt. Alles andere geht, nur nicht diese Spurensuche. Ja, so, hat der Bär da gekocht, oder was? Ja, was hat der Bär da gekocht gelassen? Ja, was hat der Bär da gekocht gelassen? Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja, natürlich. Die dürfen dann nicht fehlen. Das nervt auch, wie die Sau. Und da ganz schnell den drinnen auch noch schlafen. Hä? Ja, das geht nicht. Wo ist der? Na, leg mich. Ah. Pisser. Aber da ist auch noch einer. Alter, da gibt's auch eh die Minko, was ist denn hier los? Kleine Spastie. Die nerven gar nicht. Ja. Danke. Holz, Wantar Yauda. Uurgii Laimungwash, warzum Bernie, Taashlangwash. Ich muss den Punkt da oben mitnehmen, der eh schon als Fragezeichen A abgebildet ist, da ich ja sowieso wahrscheinlich keine Ahnung bin muss. Naja, genau. Der nächste Typ. Die gehen mir so ein bisschen auf die anderen. Und da verstecken sie sich auch nicht. Der Kaktus geht so. Wer ist da oben da? Und kann mein Team erledigen. So, jetzt hier mal nicht mit den ganzen Typen mal die Zeit verschwenden und aufhalten lassen. Wir haben ja eine Mission. Ja, was geht noch? Du Kackvogel. Hä? Wo ist jetzt aber hin? War das der oder was? Da kann man ja fast nicht vorstellen. Der sah aus wie ein ganz normaler Ream. Also von der Größe her. Was ist das? 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 Oh, dann kommen wir bald so weit. Schauen wir mal. Ach mal schauen wir mal. Da wendet der ja schon. Wenn er das war. Erstmal hier noch mit der Gleiter schneiden, dass der auch gleich fit ist. Jetzt hier noch irgendwo Holz. Da gibt es noch, wo man ihn vor allem hinstellen kann, falls er uns von den Lappen kalten sollte. Ne, das ist hier. War das jetzt Sand? Sieht nicht so aus. So, jetzt gibt es auch eine tolle Spur. Manauer. Falschantier. Schauen wir mal. Wird wahrscheinlich da oben sein. Komm ich da oben? Denke nicht. Ein Moment, da ist der einsam, damit man gleich gegebenenfalls noch weitere Fallen bauen kann. Weil die doch sehr effektiv sind, wenn der Bär da drin gefangen ist. Dann hat man hier eine neue Falle. Könnte ich dir wohl ansprechen. Kannst du flüchten? Kannst der Mian so lange leben? Ja, es ist, es ist nicht groß. Die dürfen natürlich nicht stören. Äh, fehlen. Aber jeder Fahre geht bestimmt gleich. Weil die mir beide böse geben, denke ich. Nervt. Ja, mal schauen. Ja, so mit den Pfeilen. Das ist ein bisschen so weiter. Da bringt man ein bisschen. Viel. Hui. Hui. Ja, genau. Das habe ich mir fast gedacht. Forrest Love. Fuck. Ja, komm. Nur bis dahin, dass sie wenigstens mal... Ist er ins Gefang? Wie? Wieso ist er denn nicht gefangen? Ui. Ja, natürlich. Die dürfen nicht fehlen. Ja, fuck. Ja, Pisser. So ne Scheiße. Ist ja schon alleine so schwer genug. Pssst. Pssst. Nervt ja gar nicht. Ja, hat. Ah. Hab schon gedacht, er kommt nicht mehr. So. Na, da bin ich mal gespannt. Da kam er ja schon. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ja, cool. Ist vermutlich nicht so praktisch. Ist vermutlich nicht so praktisch. O je. Ah. Oh man, die Gart. Hau dir jetzt ab, oder was? Ja, ich muss halt wieder mit Feuer rennen. Ah, du hast deine Höhe. Na, dann. Ja, doch keine Höhe. Oder doch? Ah, du scheiße. Der kommt gleich schon. Ach du scheiße. Er kommt gleich schon. Die Blendeleiste. Renn. Flick's. Ah. Im Wasser. Er hat ja schon einen Benkel. Ach du scheiße. Der schlimmt ja. Leck. Nehm die Füße in die Hand. Ach du scheiße. ein bisschen anstrengend und ich habe keine das ist sehr doof komm Fred, Stimmung Ach kacke Oh 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 Und jetzt habe ich kein Heilzeug mehr Ach scheiße Ja wieso greift mein Bär denn nicht an? Das ist ja doof Ach karte Oh das geht gleich los Das geht gleich voll in die Hose Das ist ein Bärchen Das kann ich die ganze Zeit so machen Ja Da kommt der mal gleich wieder entgegengeschwung wie das Boot Oh 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 So, ist ich da rüber oder was? Gibt es hier was? Geil, wohl jetzt hätte ich vorher gebraucht. Ja, wenn wir erstmal zu dem Punkt gucken, wollen wir ja auf dem Minimap zeigen, da haben wir ja hinten zwei an, was wir eigentlich ganz nicht machen können. Aber was weiß ich denn schon? So, da ist Punkt. Okay, weiter, weiter. Was geht? Aha, das ist wirklich großartig. Wo ist das Viech? Ah, da ist er, da ist er. Oh, der ist er. Ja, schauen wir mal. Er hat zwar nicht mehr so viel Energie, aber wahrscheinlich auch trotzdem nur zwei, drei Schläge, dass ich hin bin. Komm, zack, zack. Yes. Jetzt ist er platt. Oh, meiner auch. Geschafft. Hierbi. Urlaub. Krass, der ist schon ein bisschen größer wie die anderen. Na ja, würde ich sagen, hat super funktioniert. Und dann werden wir uns morgen wieder sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und tschüss. Tür. Oh, nein. Mett. án